Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde. Weiter geht's mit der Questreise Terror Group Trail, genau gesagt mit Part 9 diesmal, in dem wir diverse Dinge auf verschiedenen Maps dashen müssen. Dass natürlich so gut wie jeder andere Spieler zu der Zeit auch diese Punkte ablaufen wollte, um weiterzukommen, hat es natürlich nicht unbedingt einfacher gemacht und sorgte auch für die altbewährte Anspannung im Taglauf. Wie dieser Part für uns lief, habe ich euch hier mal zusammengefasst. Das war's aber auch schon wieder mit meinem Gebubble. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Spieler? Ja. Scheiße. Ist er tot? Nee. Er ist aber hochgegangen. Er hat mich. Ach, er ist gepusht. Er ist gleich um der Ecke links. Wo ist das? Hier gleich beim Ausgang? Ja, ja. Da ist Mitteltür. Mitteltür, andere Seite, grün. 302. Da links? Ja genau, da rein. Ist noch am Bluten, ne? Ja. Ja. DaattiEck, geht's.D Ja, das ist gut. Ach, was mach ich denn? Ob ich erst da rein machen kann. Beides von ihm anziehen. Ruhig! Ich glaube, bei mir ist wer. Ja, dann gehst du zum Auto raus. Hier ist einer. Hier ist einer. Hahaha, du kleiner Bisser! Fuck you! Bones, zwei Spieler. Ach, scheiße. Nicht dein Ernst? Doch, ich war hier aus. Komm nach hinten wieder raus. Wie weit vor uns waren die? Relativ weit. Also, er hätte aus der Entfernung, glaube ich, nicht schießen können. Ja, er sah aus der Entfernung aus wie ein Bambi. Ich habe einen Spieler erschossen. Da ist noch einer! Da ist noch einer! Ich bin tot! Gut! Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich habe gerade auf deinem Bildschirm gespielt, Alter. Bis ich die mitgekriegt habe. Oh, da ist die gerade. Hier. Dann raus. Ja, ja. Ja, die Capgo, die ich selber... Oh, wir haben Kacksporn. Ne, wir haben keinen Kacksporn. Oh, der ist so mittelmäßig, ey. Okay. Wo sind wir denn hier? ZB014 im Scaffhaus. Vorne am Strand lang. Das heißt, wir rennen einmal außenrum und dann vorne am Strand. Dass wir da schon grob die Richtung sind, oder? Mhm. Da ist die Hütte. Ich glaube, da ist was an der Hütte. Ja. Ja, ja, ja. Scaff. Okay, waren wir uns Scaff. Bleibst du erstmal draußen? Guckst? Ich gehe rein. Was? Wenn nicht, dass wir alle durch eine Granate sterben, oder so. Ja, alle. Kann natürlich sein. Kommen schon die ersten? So. Geronimo. Ne, der mittlere war es, ne? Nicht der hier, der mittlere. Mit den Müllsäcken? Ja. Sind die Müllsäcke denn hier? Achso. Nein. Wir sind keine Müllsäcke. Nein, der mittlere Gang war das, glaube ich. Da. Ach, hier. Da vorne. Warte, warte, warte. Hier. Ja, auch fertig. Na dann los. Mensch, du Plädiot. Hast du mich erschreckt? Nee, gar nicht. Gut. Den ist ja gut. Hier muss ich irgendwie... nee, nee. Hier hinter eine Ecke können wir nicht... also ich kann hier nicht... Die sind gleich abgehauen Die sind gleich abgehauen, die rechts gespawnt sind, das waren ca. drei Spieler Das heißt, hier links dürfte rein theoretisch keiner sein Nur rein theoretisch Ich habe keinen Weg rein hören, okay, dann können wir echt Ihr könnt ja hier raus und rüber oder nicht Geht nicht auf oder was? Doch, doch, aber wir müssen weg Mach einfach zu gleich hinter dir Oh, du Never sei never Ich mach unten auf, dann kommen wir direkt wieder raus hier vorne Spieler sind hier keine Scheiße, das ist jetzt Raid-Dingsbums, wir müssen abwarten hier unten glaube ich Da musst du auch passen, das ist der einzige Ausgang, wo du von da oben beschossen werden kannst Wenn du da unten stehst Dann warten wir hier kurz Ich weiß halt nicht, ob hier Läuft oben was Lass dich nie ab, ne, ne Kein Grund nach vorne zu gehen Sieht halt den Laser, ne Also bringt's nichts, wenn du so antriegst Müssen wir, müssen wir denn Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Keine Ahnung Jaaa Bleibst du noch? Ich lebe noch Kommt noch was Kommt noch was So, ich hab Taguila getötet, tut mir leid Weiß ich nicht, ob du den hast Jaja, doch Hassel Ich hab Hassel abgeschlossen Schade Tut mir leid Ich hab 20 mal reingepumpt da in den Affen Der hat auch ein Obdolbers Weiß ich nicht Jetzt kommen wir raus Jetzt haben wir Es gab's getötet Ne, ist nicht Obdolbers N Normaler Die wollen mich doch schocken, ey Junge, ich wollte nur placen Es geht bei ihm Kommt er hier ganz runtergeschlauft Als wenn's nicht gäbe, ey Mit der letzten Kugel Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal